Diese zehn Tage sind sehr, sehr wichtig, weil man jetzt da wirklich in den technisch-taktischen Bereich reinkommt. Sprich, dass man wirklich schaut, wie man dann was anlegt im Frühjahr. Und natürlich ist es nicht mehr so intensiv wie in den letzten Wochen. Und deshalb, glaube ich, ist jeder Spieler darüber froh.